Hallo Freunde, nach meiner letzten großen einmaligen Abnehmkur habe ich jetzt neue Kraft dazu gewonnen und habe gleich mal beschlossen, wir machen, meine Freundin und ich, erstmal eine kleine Wanderung von 30 Kilometer und wir waren letztens schon auf dem Brocken, aber da war meine Kraft noch nicht so und da habe ich nach der Hälfte abgeschissen und da, ich sage, ich habe jetzt genügend Energie zu gewonnen und Kraft, werden wir jetzt mal gleich 30 Kilometer laufen und im schönen Elbsansteingebirge, kann man hier so sehen, mal auf die Landschaft und wir werden gleich mal meine Fitness auf dem Prüfstand stellen, weil zum Beispiel sieht man schön die Berge jetzt hier und gleich so ein paar Filmaufnahmen machen und dann schauen wir mal in 15 Kilometern, wie es mit meiner Fitness bestellt ist, also bis in 15 Kilometer, da geht es lang. Da geht es weiter. Und hier nach den ersten 10 Kilometern sind wir auf einem schönen Aussichtspunkt angekommen, wunderhübsch und die Ausdauer macht noch mit. Und hier und da geht es weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tja, da bin ich wieder nach gefühlten 50 Kilometer. Es waren vielleicht bis 15. Leider ist das Messgerät ausgefallen. Würde ich sagen, meine Kondition ist noch ziemlich gut. Trotz des schweren Rucksacks. Und nehmen wir jetzt mal die nächsten 15 Kilometer in Angriff. Also wenn es euch interessiert, bleibt dran. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir 20 Kilometer geschafft. Leider wären es keine 30. Ich muss auch sagen, meine Ausdauer fängt jetzt langsam an nachzulassen. Denn es regnet nämlich gerade. Deswegen werden wir jetzt gleich am Parkplatz aufschlagen. Und dann war dieses schöne Naturerlebnis zu Ende. Aber ich habe Dorsche halten. Nicht eingebrochen wie früher. Und Ast rein. Bis dann.